Willkommen bei der Käse Thurgau AG. Wir vermarkten die Käsespezialitäten der beiden Müller Thurgau-Käsereien. Saftige Gräser, würzige Kräuter – das sind die Weiden im Thurgau. Entsprechend einzigartig ist die Milch der Kühe. Diese Milch bildet den Rohstoff unserer Käsespezialitäten. Die Bauern der Region liefern beste silofreie Milch und bilden damit die Grundlage für unsere hohe Käsequalität. Unser Käse ist ein reines Naturerzeugnis, welches durch traditionelles Handwerk mit viel Liebe und Können hergestellt wird. Und damit unser Wissen nicht verloren geht, sind wir auch aktiv in der Lehrlingsausbildung. In der Beliebtheitsskala unserer Käsesorten nimmt der Müller Thurgau den unbestrittenen Spitzenplatz ein. Auch Emmentaler, Appenzeller, Penalty, Raclette und Schlosskäse sind absolute Gaumenfreuden aus unserem Betrieb. Die einzigartige Reifung im Keller macht einen Großteil des unverwechselbaren Geschmacks und Charakter unserer Produkte aus. Unsere Leidenschaft ist ihr Genuss. Käse ist unsere Passion. Das Thurgau – unsere Region. Käse Thurgau – würzig milder Käse aus dem Thurgau.